Der Bischof, der möchte nur das Video machen. Mach mir nicht so breit. Ich habe 200 Gramm abgenommen. Mach keinen Scheiß. Wie viel? 200 Gramm abgenommen. Ich habe 200 Gramm abgenommen. Das ist der deutsche Kurs. Erst ist er so, und am Schluss ist der deutsche Kurs so. Das ist der deutsche Kurs. 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 Das ist privat. Das kann man sagen. Das ist privat. Das ist Privatsphäre. Ja, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Sehr viele Bekannte und natürlich auch sehr viele Fremdgäste, die von außerhalb gekommen sind. Wir von der Agentur BEE aus Ringer haben uns einfach mal gedacht, dass wir hier einen Nostalgieabend heute Abend gestalten. Und zwar, wie Sie ja alle wissen, noch in der Presse gelesen haben, befinden wir uns hier an einem historischen Ort, der weit mehr als über 40 Jahre schon sehr bedeutend war. Und Herford, den Namen, die Stadt Herford in die ganze Welt hinausgetragen hat. Ich begrüße vor allen Dingen heute Abend den stellvertretenden Bürgermeister, Herr Freier zur Ratung, aber auch den Dr. Lupo von der Kinderkreislinie aus Herford. Ganz besonders besuche ich Frau Carola Fauli und Horst Suchholz, die auch mit diesem historischen Ort sehr verbunden sind. Des Weiteren grüße ich auch Benito Napolioni, der vor 30 Jahren sehr bekannt ist. Dankeschön! Vielleicht einen Applaus für Napol. Er ist den Herfordern ja noch sehr gut bekannt, wird heute Abend seine unvergessene Gesangseinlage halb bringen. Des Weiteren möchte ich Mike Wana und The Bodyguards vorstellen, die exklusiv in diesen Abend gebrochen worden sind. Mike Wana ist natürlich auch eine Beat-Legende, international bekannt, neben H1 Unte und auch Maxi Wilma, damals Unte von den Jaguars. Ich darf weiter vorstellen den DJ Fidumin, der schon sehr viele Konzerte in ganz Osten des Spalens gespielt hat, und auch sehr bekannt ist. Des Weiteren darf ich vorstellen, Phil Beck-Namara, der ist also damals der Liedsänger unter anderem bei den Jaguars-Agräsen. Ihn konnten wir auch an diesem historischen Ort gewinnen. Und nicht zu vergessen, alle unvergessenen Steve McIntyre, der sehr internationalen... Danke für die Jungen! Ich bin derjenige! Ich bin derjenige! Ich bin derjenige! Ja, liebe Gäste, wir erhoffen uns ja schon an diesem Erfolg, an diesem Weitball. Und ich würde jetzt ganz einfach mal auf die Presse begrüßen, die uns sehr unterstützt haben. Und ich gebe ganz einfach mal den Städten-Bürgermeister der Stadt Hermer. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Wir wollen heute noch mal wieder jung werden, in den 60er Jahren an den Jaguars-Agräsen und alles, was in Hermer passiert ist. Hermer ist mobil, daraus sind Sie alle hier. Und desto mehr Leute hier sind, desto mehr können wir für einen guten Zweck tun. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich glaube, der Abend wird so, wie heute das Wetter war. Wir kriegen einen schönen Abend mit viel Sonne und zurück in die alten Zeiten. Ich habe schon gesehen, viele Freundschaften sehen Sie wieder. Jeder wird immer wieder seine alte Freundin. Und heute Abend, ich hoffe, dass Sie alles genießen. Schönen Dank. Schönen Dank! Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich habe noch 20 Jahre. Es ist eine lange Zeit. Für mich ist ein Leben. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen und unvergänglichen Abend. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen 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 Abend. Ich wünsche Ihnen allen wunderschönen Abend. Ich wünsche Ihnen allen einen 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 wunderschönen Abend. Musik 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 Das war's. 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 Wir können heute Abend die Summe von 2.555 Marken buchen. Herzlichen Dank, alle! Absolute Spitze! Das war aber noch nicht alles. Und zwar hat die Bundesregierung zugesagt, insgesamt für Ostosquale Lippe, für den Ausbau der Kliniken, 50 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen. Absolute Spitze! Dankeschön! Das Formel ist jetzt vorbei. Das ist eine tolle Veranstaltung und wir haben doch alle viel Spaß gehabt. Schön geschickt und vielen Dank für die Spende! Danke! Dankeschön! Applaus So, noch ganz kurz! Das war schon Lunch! Wir haben einen Homeopath. Weil wir sehr gut sagen. Und jetzt ein Video hätten wir uns auf das sogar schon gemacht. Und es gibt aber unsere Besucher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Hey, hey, baby, hey, baby, I won't go if you be my girl, if you be my girl, hey. Go on, get him, go on, get him, go in. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ich hoffe, dass wir... Ist er höchst? Wir haben den Brun überall, das wissen wir. Hört ihr das raus, dass das Brun liegt auch? Brun verständlich. 1, 2, let's go! 1, 2, let's go! 1, 2, let's go! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wollten wir Sie nicht heute Abend so lange halten, aber eins muss ich noch tun. Ich wollte noch ein Lied singen heute Abend und habe leider den Brewer dazu mitgekund. Aber trotzdem würde ich gerne mit Worten von Lionel Richie für uns alle eins kurz ansehen. Das Geeks war. Du warst, in zwei Orte, in drei Jahren. Und wir sind alle von Ihnen. Wir sind alle von Ihnen. Meine Damen und Herren, The Rock Beats Music Lady von der Stolzland und Besonderes Herkunft. Come on, Proudy! Näher ran, näher ran. Ganz klar ran. Hallo, liebe Freunde. Ich muss ein bisschen lauter vor Ihnen. Ich bin ganz überrascht worden, an hier in den Fahrzeugen. Ich bin natürlich auch nur Platz 4, aber ich freue mich, dass so viele sich an die Zeiten im Tag und im Jahrhundert erinnern. Und ich glaube... Ich glaube, wir bitten viele Anweser, dass sich die Glamour in den großen Saal in Norbert, das ist schon richtig. Ja, das ist schon richtig. Ja, das ist schon richtig. Ja, das ist schon richtig. Alles gut, Herr Binnen, der heutigen Abend. Meine ganz, ganz lieben Brüte. Und ich möchte euch alle haben. Es war wunderschön. Ohne das ist schon richtig. Ja, vielen Dank. Ich bin ganz ganz lieb. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Musik 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 Weil ich auf jemanden gewählt habe, so haben wir ausgesehen in den 50er und Anfang 60er Jahre. Wenn jemand das vorstellt, jawohl, man glaubt es nicht. Wenn jemand das vorstellt, jawohl, man glaubt es nicht. Wenn jemand das vorstellt, jawohl. Wenn jemand das vorstellt, jawohl, man glaubt es nicht. Ich liebe dich. 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 Ich liebe dich.